Das ist ein Frosch, und das ist ein Gefäß mit heißem Wasser. Setzt man nun diesen Frosch in das heiße Wasser, springt er sofort heraus. Logisch, tut ja auch weh. Setzt man ihn ins kalte Wasser, bleibt er sitzen. Wenn man aber jetzt die Temperatur ganz langsam erhöht, merkt der Frosch das gar nicht. Und wenn das Wasser kocht, dann ist der Frosch schon tot. Fortgeschrittene Gesellschaften haben ein ähnliches Reaktionsvermögen wie ein Frosch im heißen Wasser. Gewöhnt man sie langsam an sich verändernde Umstände, merken sie davon gar nicht viel. In unserer Gesellschaft nimmt zum Beispiel die Überwachung immer mehr zu. Gut ist das nicht, denn jemand, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders als jemand, der nicht beobachtet wird. Von seinen Freiheitsrechten nimmt man nicht mehr in dem Umfang Gebrauch, wie man es anonym machen würde. Was zum Beispiel die Meinungsfreiheit einschränkt. Um nicht negativ aufzufallen, passen sich nach und nach immer mehr Menschen der Norm an. Innerhalb einer Gesellschaft würden so langsam die Andersdenkenden und Originale aussterben. Diese Einheitsgesellschaft wäre nicht mehr in der Lage, sich geistig und sozial weiterzuentwickeln. Intoleranz würde zunehmen und die Fähigkeit zur Innovation verkümmern. Deswegen sollten wir ab und zu einen Blick auf das Thermometer werfen und schauen, wie heiß das Wasser für uns schon ist. Das ist ein bisschen mehr in der Lage, sich geistig und 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 geistig